Herzlich willkommen zum Seminar Erfolgreich weltweit exportieren. Bestimmung des Panel Overall Short Circuit Current Ratings SCTR nach UL508A Supplement SB. Mein Name ist Dirk Mayer, Solution Architekt im Innovation und MoM Solution Center IMEA. Was ist gemeint mit dem sogenannten SCTR Wert nach UL508A? Hält der gesamte Hauptstromkreis eines Schaltschrankes einer Kurzschlussbelastung so lange Stand, bis das vorgeschaltete Schutzorgan auslöst. Darum dreht es sich. Nach dem National Electrical Code Artikel 409 ist es bereits seit 2005 erforderlich, auf dem Leistungsschild von jedem Industrial Control Panel das Overall Short Circuit Current Rating anzugeben. Der National Electrical Code in § 409 sieht zur Bestimmung des Overall Short Circuit Current Ratings folgende Möglichkeiten vor. Zum einen ist es möglich, eine gelistete und gelabelte Schalt- und Schutzgerätekombination einzusetzen, also im Sinne einer typgeprüften Anlage, oder aber eine Berechnungsmethode, die sogenannte Proven and Approved Method. Und als bewährte und zugelassene Methode wird explizit im National Electrical Code auf die Ergänzung Supplement SB der UL508A verwiesen. Diesen Short Circuit Current Current Ratings for Industrial Control Panels. Bei der Untersuchung der Stromkreise müssen nur die Hauptstromkreise und die Schutzorgane der Steuerstromversorgung betrachtet werden. Der Steuerstrom selbst ist außen vor. Welche Methode ist nun eine Proven and Approved Method? Als bewährte und zugelassene Methode wird häufig die sogenannte Weakest Link Method angewendet. Der kleinste Kurzschlusswert aller eingebauten Komponenten im Hauptstrom bestimmt damit das Short Circuit Current Rating der gesamten Anlage. Das schwächste Glied in der Kette bestimmt die Stärke der Kette. Hier an diesem Beispiel Schaltplan kann man sehr leicht sehen, dass aus der Vielzahl von verschiedenen Kurzschlusswerten der Frequenzumrichter mit seinem Wert von 5 kA das schwächste Glied ist. Gibt man nun auf dem Schaltschrank Label 5 kA für den gesamten Schaltschrank an, hat man die Weakest Link Method hier angewendet. Natürlich ist 5 kA ein recht kleiner Wert. Rein vom Formalismus her ist aber die Angabe von 5 kA möglich. Allerdings wird jetzt im National Electrical Code seit 2017 auch die Markierung des an der Einbaustelle verfügbaren Kurzschlussstroms gefordert. Zum Beispiel für Industriemaschinen im § 670 Available Short Circuit Current Shall Be Marked for Industrial Machinery. Damit kann jetzt jeder Inspektor, Autority Heavy Institution, sehr einfach überprüfen, ob das SCCR auf dem Schaltschrank Label dem an der Einbaustelle verfügbaren Kurzschlussstrom genügt. Das wird dazu führen, dass in Zukunft Schaltanlagen mit sehr kleinen SCCR-Werten wie 5 kA oder 10 kA nicht mehr so leicht akzeptiert werden. Zur Berechnung des verfügbaren Kurzschlussniveaus an der Einbaustelle gibt es von unseren Kollegen von Bussmann den sogenannten Available Fault Current Calculator. Das ist eine Smartphone App für Android und iOS und es kann auch in einer Online Variante direkt im Browser bedient werden. Das ist ein kleines Berechnungstool, was anhand der Vorimpedanzen des Transformators und der verlegten Leitungen bis zum Schaltschrank einen Kurzschlussstrom an der Einbaustelle berechnen kann. Wie kann nun das Short Circuit Current Rating erhöht werden? Wenn zum Beispiel eine schwache Komponente den gesamten Schaltschrank auf sehr kleine Werte begrenzt. Es ist möglich, Komponenten mit kleinen SCCR-Werten durch Höherwertige auszutauschen. Es ist auch möglich, Kurzschlussstrom begrenzende Schmelzsicherungen im Fieder einzubauen oder Kurzschlussstrom begrenzende Leistungsschalter im Fieder einzubauen. Es kann auch ein Kurzschlussstrom begrenzender Anpasstransformator verwendet werden. Bei Nutzung von Kurzschlussstrom begrenzenden Überstromschutzorganen im Fieder-Circuit dürfen dann die Geräte im Branch-Circuit nach dessen Durchlasswerte ausgelegt werden. Das Branch-Circuit-Protective-Inweis hingegen muss mindestens das Kurzschlussniveau des Schaltschranks aufweisen und darf selbst nicht als Strombegrenzer genutzt werden. Weiterhin ist ein sogenanntes Serial-Rating von Schutzorganen nicht erlaubt. Also nach IEC wäre das der Backup-Schutz, dass also mehrere Schutzorgane in Reihe gemeinsam einen höheren Wert haben. Das ist nach UL508a nicht möglich. Kommen wir also zurück zu unserem Beispiel-Schaltplan. Das schwächte Glied war hier dieser Frequenzumrichter mit 5 kA. Wir haben hier eine Strombegrenzung genutzt, indem man einfach vor dem Branch-Circuit-Protective-Device des Umrichters im Fieder-Circuit eine Schmelzsicherung platziert hat. Hier als Beispiel eine Class-CC-Sicherung mit einem Nennstrom von 20 Ampere. Und diese hat nach Tabelle SB 4.2 der UL508a einen Durchlassstrom von 4 kA Spitze bei 100 kA effektiv anstehenden Kurzschlussstrom. Und kann daher als Strombegrenzer dienen. Damit stehen also am Umrichter nicht mehr als 4 kA Spitzenstrom an. Er selbst hat einen Kurzschlusswert von 5 kA und ist damit geschützt. Damit wäre dann das nächst schwächere Glied der FAZ-C16-3-NA mit 10 kA als Branch-Circuit-Protective-Device vor dem Umrichter. Er selbst darf nicht durch ein stärkendes Element gestärkt werden, weil es ist das Branch-Circuit-Protective-Device. Und damit hätten wir jetzt das Short-Circuit-Current-Rating des gesamten Schaltschrankes hier auf 10 kA angehoben. Würde man jetzt das nächst schwächere Glied hier, dieser FAZ-C16-3-NA mit 10 kA gegen ein stärkeres Gerät austauschen, hier mal der PKZ-M4-16-CB. Beide sind ja UL489 Leistungsschalter. In diesem Falle hätten wir jetzt das Short-Circuit-Current-Rating auf 65 kA angehoben, weil alle eingebauten Komponenten mindestens 65 kA jetzt aufweisen. So wurden auch hier die Leistungsschalter NZMN gegen NZMH ausgetauscht. Also auch da wurden die hohen Kurzschlusswerte dann erreicht und der Umrichter mit 5 kA bleibt weiterhin durch die vorgelagerte Schmelzsicherung geschützt. Und das Branch-Circuit-Protective-Device vor dem Umrichter hat jetzt also auch 65 kA und damit kann man die ganze Schaltanlage mit 65 kA markieren. Es ist natürlich richtig, dass bei Reihenschaltung von mehreren den strombegrenzenden Leistungsschaltern oder auch die Kombination von Leistungsschaltern mit Motorschutzschaltern, der tatsächlich fließende Kurzschlussstrom durch alle Schutzorgane gemeinschaftlich gedämpft wird, der sogenannte Backup-Schutz. Dieser Effekt darf in IEC-Schaltanlagen berücksichtigt werden. Nach UL508A Supplement SB4.3.2 darf dieser physikalische Effekt nicht berücksichtigt werden. Ein Serial Rating, wie es im National Electrical Code heißt, ist für Schaltanlagen nach UL508A nicht vorgesehen. Für Energieverteilungsanlagen zum Beispiel darf Serial Rating angewendet werden. Derzeit gibt es keine Grundlage, dass man diesen Effekt irgendwie auch in die UL508A überführt. Damit bleiben als strombegrenzende Elemente für kleinere Nennströme meistens nur die Schmelzsicherungen übrig. In der Norm UL508A gibt es in Supplement SB auch eine Tabelle mit Durchlasswerten. Diese kann zur Bestimmung der Strombegrenzung natürlich genutzt werden. Auch Leistungsschalter haben natürlich einen strombegrenzenden Effekt. So sind unsere Leistungsschalter NZM1, NZM2 und NZM3 als Current Limiting Circuit Breaker zertifiziert. Hier an diesem Beispiel sieht man, man kann also durchaus eine Strombegrenzung eines Leistungsschalters nutzen. Da wo es hilft. In diesem Beispiel hier eine Begrenzung von 40 Kiloampere effektiv auf 20 Kiloampere Spitze. Weiterhin darf auch der Anpasstrafo zur Strombegrenzung benutzt werden. Im Supplement SB 4.3 gibt es dazu auch Berechnungsformeln, wenn der Transformatorhersteller selbst keine Angaben über die Strombegrenzung liefert. Wenn man eh einen Anpasstrafo benötigt, zum Beispiel um aus einem ungeerdeten Netz einen geerdeten Sternpunkt zu bilden oder so etwas, da kann man natürlich den Anpasstrafo auch so auslegen lassen, dass er nur einen sehr niedrigen Kurzschlusswert liefert und damit auch eine Weak-Komponent geschützt ist. Weitere nützliche Hinweise, auch speziell zum Thema Short-Socket Current Rating, Strombegrenzung, finden Sie auf unserer Webseite www.iten.de-export.